Grüezi. Ich heisse Mariam Gladstein und bin hier im Inner Space als Ayurveda Therapeutin tätig. Was ich hier gerade mache, ist eine Fussmassage, eine Pata Bianca. Das ist eine ayurvedische Fussmassage. Durch Druck von gewissen Marmapunkten aktiviere ich den Energiefluss wieder aktiviere und gewisse Brokkade löse und die Muskulaturen entspannen. Hier in der Praxis formuliere ich nicht nur eine ayurvedische Fussmassage anbieten, sondern auch ganz andere Massage in der Ayurveda-Richtung. Wenn Sie Interesse haben, mehr über meine Person und meine Arbeit zu erfahren, klicken Sie doch einfach unter www.innerspace.ch, dann erfahren Sie mehr über mich. Ich würde mich freuen, wenn Sie Kontakt aufnehmen mit mir, wenn ich Sie hier begrüssen darf. Namaste. Ja. Ja. Ja.